Ich kann winken, ihr könnt winken, wir winken und rufen Hallo! Auf den Festplätzen weiß man nie genau, wer kommt, welche Familien vor Ort sind. Also normalerweise haben wir halt unsere Anmeldung von Stammkindern, wo wir es wissen. Aber es kann halt sein, durch die Kinder auf der Durchreise, dass halt immer mal wieder neue Kinder auch dazu kommen. Für uns ist das eine unfassbar große Hilfe, vor allem für unseren Sohn, der ist jetzt vier. Und um sich einfach auch mal, ja, mit einer anderen Person so ein bisschen weiterzubilden. Zu Hause macht man auch viel, aber es ist immer noch was anderes.